Wir haben von der Bibliothek so ein Spiel Klack ausgeliehen und hat sehr viel Spaß gemacht. Es geht um magnetische Scheiben, die man einfach schnell irgendwie klacken muss. Und je nachdem, also da hat man zwei Würfel, wo drauf Symbole und Farben stehen und man muss irgendwie schnell diese magnetischen Scheiben sammeln sozusagen. Und das war unsere Birna für eine lange Zeit.